Wenn ihr gerade auf der Suche seid nach einer neuen externen Festplatte und euch dabei fragt, sollte ich lieber eine HDD kaufen oder eine SSD-Festplatte, seid ihr bei diesem Video genau richtig. Los geht's! Fangen wir ganz kurz an mit der HDD-Festplatte, der Hard Disk Drive Festplatte. Diese wurde eigentlich in den letzten Jahren immer in PCs verbaut, egal ob intern oder halt auch extern angeboten, so wie diese externe Festplatte hier. Und die müsst ihr euch vom Inneren so vorstellen, wie ein Plattenspieler. Das heißt, ihr habt da so Magnetscheiben drauf und einen Arm, der da drauf führt und dann quasi die ganzen Daten schreibt und liest. Das Ganze funktioniert in verschiedenen Geschwindigkeiten. 4200 Umdrehungen pro Minute bis zu 7200 Umdrehungen pro Minute können diese Festplatten leisten. Das ist die Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Das bedeutet, im Großen und Ganzen, da drinne wird gearbeitet und es sind auch bewegliche Teile da drinne. Dadurch habt ihr zwei Sachen. Zum einen surrt es vielleicht ein bisschen als eine Geräuschentwicklung und zum zweiten ist diese extrem erschütterungsempfindlich. Das heißt, wenn ihr so eine Festplatte mal irgendwie fallen lasst, ist sie in der Regel kaputt. Eure Daten sind komplett verloren. Sie lassen sich nicht wiederherstellen. Sobald da drinne irgendwas beschädigt ist, könnt ihr diese entsorgen und eure ganzen Daten gleich mit. Und da kommt jetzt im Prinzip die SSD-Platte ins Spiel, nämlich Solid State Drive. Und diese SSD-Festplatte ist im Prinzip die coolere Version der HDD-Festplatte. Warum? Sie hat eigentlich nur Vorteile gegenüber der HDD und nur einen kleinen Nachteil. Aber dazu kommen wir gleich. Die Vorteile bei der SSD-Festplatte sind eigentlich ziemlich cool, denn zum einen ist sie natürlich viel kleiner. Zum anderen ist sie unheimlich leicht. Also sie wirkt wirklich nur ein paar Gramm. Dann ist sie sehr robust und stoßfest. Das heißt, wenn ihr die Daten da drauf habt und sie fällt euch wirklich mal runter und ihr schmeißt sie weg, ihr habt die Daten noch. Gar kein Problem. Ihr könnt sie einmal quer über das Feld gallern. Völlig egal. Danach sammelt ihr das Ding wieder auf und ihr könnt eure Daten wieder damit benutzen. Dadurch, dass sie so klein und leicht ist, kann ich mir die quasi hier wie so ein Anhänger auch an den Schlüsselbund machen. Ist auch gar kein Problem. Ihr könnt sie einfach frei mit herumtragen. Sie ist einfach unheimlich kompakt. Dann passt da natürlich auch eine Menge drauf. Viel Speicher. Mehrere Terabyte könnt ihr wählen. Gar kein Problem. Und die Lese- und Schreibgeschwindigkeit ist auch enorm schnell. Viel schneller in der Regel als bei einer HDD-Festplatte. Das heißt, wenn ihr dort einmal Daten drauf zieht oder dort runter zieht, dann arbeitet das viel, viel schneller. Viele neue PCs und Laptops arbeiten mittlerweile mit SSD-Festplatten, weil diese einfach schneller sind. Das heißt, auch bei Spielen, wenn ihr Gamer seid oder sowas, dann kann der Computer da viel schneller drauf zugreifen und eure Daten verwalten. Der Vollständigkeitshaber sei nochmal kurz erwähnt, dass es sich ja hier um einen Festkörperspeicher handelt bei der SSD-Festplatte. Und das bedeutet, dass im Inneren im Gegensatz zu der HDD-Festplatte keine beweglichen Teile drin sind, was wiederum das ermöglicht. Was ich euch gerade schon gesagt habe, dass ihr diese Festplatte auch mal herunterfallen lassen könnt, ohne dass irgendwelche Daten verloren gehen oder die Festplatte dabei beschädigt wird. Das hat im Prinzip wirklich nur Vorteile. Das ist einfach der coolere Bruder von der HDD-Festplatte. Und der einzige Nachteil, den es da gibt, ist der Preis. Denn so eine Festplatte hier liegt so mit einem Terabyte ungefähr bei 50 Euro. Und so eine Festplatte mit einem Terabyte liegt ungefähr bei 100 Euro. Aber ich kann euch sagen, ohne Witz, lasst das und macht das. Weil ihr werdet es nicht bereuen. Ihr habt diese Daten auf jeden Fall gesichert. Denn wenn ihr euch mal die Festplatte anguckt und auch viele Bewertungen liest oder sowas, ich will jetzt hier keine Firma irgendwie schlecht machen oder so. Toshiba. Dann kann das natürlich auch mal sein, dass ihr da Datenverlust habt oder die einfach qualitativ nicht so hochwertig sind. Und euch dann kaputt gehen. Und ich meine, was gibt es Wichtigeres, als eure Daten hier drauf sind? Weil dafür kauft ihr euch ja schließlich so eine Festplatte, oder? Also, kurz zusammengefasst, HDD-Festplatte ist günstiger als eine SSD-Festplatte, aber hat nur Nachteile. Sie kann schnell kaputt gehen, es sind bewegliche Teile da drin, sie ist schwerer und sollte einfach nur weg. Und das hier ist einfach die bessere Alternative. Klein, handlich, kompakt und robust. Also, wenn ihr eine neue existente Festplatte kaufen wollt, dann besorgt euch lieber eine SSD-Festplatte. Diese Daten bleiben auf jeden Fall auch ewig drauf gespeichert. Es findet auch kein automatischer Datenverlust statt. Das ist auch nochmal wichtig. Das kann bei solchen passieren, denn da sind Magneten drin. Und wenn ihr zum Beispiel einen riesigen Magneten auf diese Festplatte draufpacken würdet, dann würden sich die kompletten Daten zerstören. Und nun ja, sie sind wieder weg. Das kann auch hiermit nicht passieren. Übrigens, kleiner Zusatzzip, ihr könnt natürlich auch statt so einer SSD-Festplatte auch schon fast einen USB-Stick nehmen, weil der ist ähnlich groß und gibt es auch schon in verschiedenen Kapazitäten. Preislich sind die aber, glaube ich, alle etwas ähnlich. Ich verlinke euch diese Festplatte. Diese habe ich übrigens auch schon getestet und auch verglichen, was das ausmacht, wenn ihr diese hier benutzt oder eine HDD-Festplatte, die ich euch gerade gezeigt habe. Dann schaut euch das gerne nochmal an. Das findet ihr hier, das Video. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.